Dieser Dodge verdient sicherlich Ihre Aufmerksamkeit. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und eine Automatik. Nehmen Sie am Steuerplatz und entdecken Sie die komfortable Ausstattung mit einem Navigationssystem, einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik. Das Auto ist mit einer Rückfahrkamera, Tagfahrlicht und Xenon-Scheinwerfern ausgerüstet. Neugierig? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017